Larissa Kerner scheint den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Die Tochter von Popiko Unnena, 62, tritt bereits früh in die Fußstapfen ihrer Mutter, die zwei saßen zwei Staffeln lang in der Jury von The Voice Kids. Auch familiär läuft bei der Sängerin alles rund, mit ihrem Partner Yannick Zebrowski schwebt sie auf Wolke 7. In einem Interview plauderte Larissa jetzt aus dem Nähkästchen. Gegenüber Bild zeigte sich die 32-Jährige offen und gab Einblicke aus ihrem Privat- und Liebesleben. Yannick und ich sind seit drei Jahren zusammen. Mit zusammen, meine ich nicht einzig als Liebespaar. Wir fotografieren gemeinsam, drehen Videos, verriet Larissa. In dem Fotografen scheint sie den perfekten Partner gefunden zu haben und schwärmte, was ich an ihm liebe? Grenzenlos alles. Seine von Herzen offene und mit Begeisterung und Vision dem Leben zugewandte Power zum Beispiel. Seine Fähigkeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und so vieles mehr. Wie Larissa bereits erwähnte, ist das Paar nicht nur privat ein eingespieltes Team. Der 37-Jährige schießt Fotos von seiner Freundin, die sie dann mit ihrer Community teilt. So ist er auch derjenige, der den Schnappschuss gemacht hat, auf dem die Beauty ein Kleidungsstück ihrer Mutter trägt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017